Guten Tag, liebe Leser der OV und Freunde des Malteser-Hüstdienstes. Hier darf ich einmal vorstellen, was unsere Helfer so in der Adventszeit betreiben. Alljährlich packen wir für unsere Kunden im Haus Notruf, für die Kunden bei den Essen auf Rädern und bei den Behinderten Weihnachtsgeschenke. Und das seit zwölf Jahren. In einer Anzahl von circa 2500 Verpackungen, die jährlich gefertigt werden hier. Dafür darf ich mich natürlich bei unseren Helfern hier alle bedanken, denn es ist doch mächtige Arbeit für alle. Sie sehen ja selber, was hier so getrieben wird. Und schön ist es, dass dabei auch in diesem Jahr das erste Mal Flüchtlinge dabei sind. Die aus dem Irak kommen und bei uns hier betreut werden und immer auch mittun. Im Namen des Malteser-Hüstdienstes Lutten möchten wir uns bei allen OV-Lesern, aber auch bei allen Helfern und anderen Ehrenamtlichen, die uns das ganze Jahr über unterstützt haben, recht herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. chocolate